Willkommen zurück zu vorerst erstmal, das hat sich richtig scheiß angehört, letzten Folge von Darkest Dungeon. Wie ich das Anfang der Woche schon gesagt hatte, hat das halt den Grund, dass es wirklich sehr lang ist. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass es lang ist. Ich könnte es eigentlich noch weiterspielen, aber es gibt auch noch andere Spiele, die ich gerne let's playen würde. Und da mein Zeitfenster so schon manchmal nicht so wirklich ausreicht und ich mehr nicht machen kann. Ja, setze ich das jetzt hier einfach aus, mit dieser letzten Folge. Und ich würde sagen, wir gehen... Wo gehen wir denn hin? Schließe 100% aller Umkämpfe ab. Das wäre eine Idee, ist sogar kurz. Hm. Gibt es doch nochmal was Schönes. Das könnte man auch noch machen. Mittel. Oder wir machen das. Veteranen. Aber da ist halt die... Die Gefahr ist sehr groß, dass ich hier versage. Wir könnten auch mal noch wieder in die Ruinen rennen. So ist es nur nicht. Bei den Nekromantenherrlingen haben wir jetzt immer noch nicht getötet gehabt. Ich denke mal, das mache ich so. Sie hat mal gesagt, nehmen wir mal mit. Die Respektlosen. Immer noch. Und... Ansonsten war alles okay so. Aber ich kann sie, glaube ich, nochmal aufwerten. Ich muss nochmal zurück. Ne, so wollte ich das nicht. Genau. Bei sie kann ich jetzt nämlich aufwerten. Und das macht nochmal ein bisschen mehr Schaden hier. Durchhof. Ach, das war das. Ne, gut. Die... Giftattacken sind auch nicht so schlecht. So. Gut. Was hat man gesagt? Ruinen. Geben wir mal ins Gepäck. Oh, wir können sogar noch einmal Pause machen. So, 24 haben wir. 16 nehmen wir mal wieder mit. Ja. 12. 16. Nehmen wir noch 4 mit. So. Zweimal schaufeln. Das. 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 Theoretisch. Passt alles. Ja. Dann. Auf geht's um die Ruinen. Geh ich das irgendwie überspringen? something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat. Wahrscheinlich nicht. Doch, Herze. Muss ich erstmal quatschen lassen, den Typen. So. Gehen wir mal nach rechts. Da ist ein einzelner Raum. Mitspinnen. Natürlich gleich zum Anfang. Die Giftspinne ist tot. Das ist gut. Die ist auch down. Geht ja schon richtig gut los hier. Wow. Vorhörst ein Eindachspunkt da. Das lassen wir zur Sicherheit mal liegen. Das sieht man eher so danach aus, als könnte da eine Seuche drin sein. So, hier ist eine Stangehör wieder zurück. Wir müssen einen Nekromantenlehrling töten. Wenn wir das schaffen, haben wir hier jetzt schon die Quest dann abgeschlossen. Und ja, wir sind dann schon durch. Oh, Erbstücke. Neh mal mit. Einen Rucksack könnte man auch untersuchen. Oho, oho, oho. Unser Rucksack ist voll. Jetzt ist schon. Nein. Hä? Ich habe jetzt nicht ernsthaft das Feuerwerk geschmissen, oder? Oh, nee. Warum? Das kommt davon, wenn man mit Controller spielt. Verdammt. So, Erkundung. Gleich als nächstes erwartet uns ein Gegner. Dann würde ich sagen... Das wird nochmal off. Ah, Giftspinne wieder. Oh, so läuft das. Passt. Schön. Äh, pop, pop, bomb. Was legen wir denn mal ab? Den Schlüssel haben wir bisher nicht gebraucht. So. Also, wir haben das eh nochmal Schlüssel gekauft, das weiß ich. Und gebraucht haben wir es auch nicht. War also sehr... ... 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 Dann würde ich sagen... ... ... ... ... ... ... ... ... gewesen wäre. Du bist hingelaufen in den einen Raum, hast die Fackel entschärft, musst aber wieder zurücklaufen und da hast du wieder scharf die Falle. Das wäre eigentlich nicht schlecht gekommen, weil dann hat man so das Gefühl, dass sie vielleicht wieder irgendjemand aktiviert hat. So, was wir aber jetzt nicht vermeiden können, ist solche Berge aus dem Weg zu räumen. Das ist leider uns verwehrt. Das ist relativ geradlinig. Irgendwohin geht hier. So, wie sieht das aus? Wir haben jetzt nur 1, 2, 3, 4, 6 Wäme. 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Schade, ich habe doch gedacht, den kriegen wir. Den kriegen wir auch so. Führe die Schlacht fort, vernichte sie alle. Nein! Acht Schadenspunkte. Das ist krass. Bisschen heftig für den. Kriege ich die Versuchung. Naja, recht nicht. Schade. Schon gedacht, der ist extrem stark. Wenn man sie zählen, kritisch. Wenn man Glück haben. Das passt. Den anderen versuchen wir jetzt hier irgendwie fortzuholen. So. Zwar können wir nicht viel heilen, aber den kriegen wir mit einmal tot. Verdammt, bluten. Ich glaube, wir haben noch Bandagen, ne? Nein, keiner war doch hier. So. In Radiance, may we find victory. Dann geht's weiter. Oh, Nekromant, den Lehrling. Wo bist du? Die Bücher lassen wir auch sein. Da weiß ich, das war gefährlich. Uh, zum Glück wieder setzt. Ah, hier ist wieder so ein Bogenschützer, der ist in Kraft. Uh, 6 für 6. 3-3. Bitte lass mich nochmal. Nein. Ist nicht wahr. Puh, zum Glück keine so viel heilen. Das passt. Komm, mach mal so. Impressiv. 14 kritisch. Krass. Zweimal essen wir mal mit. Und dann geht's weiter. Wow. Wir müssen auf jeden Fall diesen Bogenschützen als erstes irgendwie töten. Der ist am gefährlichsten. Der ist am gefährlichsten. 5, 4, 5. Na ja. Jawohl, wieder 3 auf einen Streich. Oha. Da kann man nicht viel machen. Da kann man nicht viel machen. Das sei denn, den vergift mal. Ja, sehr schön. So. Pistolenschuss. Ausgewichen. Nein. Und den holen wir vor. Tschüss. Hm. Ach, das gehört nicht mehr dazu? Okay. Tja. Lass mal so. Kann nicht viel machen. Das Bild brauchen wir auf jeden Fall. Da lass ich mal so eine Schrift hier. Gut, dann geh mal nach oben. Äh. Ich brauch wieder paar Fackeln. Und eine unverfassungsvolle Aufgabe. Wir haben nicht mehr so viel. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr noch einpacken sollen. Aber hier ist wenigstens kein Bogenschütze dabei. Ja, Ina ist weg. Komm bitte, lass mich noch angreifen. Nein. Der ist zwar tot. Und der... Ah, okay. Der Leichnam verschwindet trotzdem. Das ist gut. Ich glaub wir haben auch noch einmal Bandagen für ihn. Jo. Du bist wütend. Du bist wütend. Du bist wütend. Du bist wütend. Tausend Gold? Warum nicht? Nehm mal mit. Schon hier. Das ist doch langsam rechts mal. Das ist doch langsam rechts mal. Wir müssen den Dieb heilen. Unbedingt. Warum bloß drei Punkte? Ach so. Wiedersetzt. Natürlich. Ich wollte grad sagen, lass mich ja anruhen. So, versuch's. Jawoll. 14 Punkte. Hat sich aber immer noch widersetzt. Aber ist bescheid. Was ist denn das jetzt hier? Ach, ein Wappen. Naja, für Kreuzfahrer. Brauchen wir nicht. Schauen wir mal. Kann man nicht aufnehmen. Ist da nicht wahr? So. Ah, jetzt hat sich eine Falle aktiviert. Sehe ich gerade. Wo ist er? Da. Sehr schön entschärft. So, dann kann ich jetzt eigentlich auch wieder zwei Fackeln einsetzen. Da. Und ab geht's im nächsten Raum. Okay. Okay, die kam unfauft. Yay. Schön gestärkt. Ich weiß nicht wofür. Oder von was. Aber immer gestärkt. Nein! Warum? Das war frech. Würde ich sagen. Würde ich sagen. Ach, was hat er jetzt noch? Könnte knapp werden. Komm. 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 Verschwinden. Sie ist jetzt wieder. Ja, das reicht noch nicht ganz. Glaube ich zumindest. das waren die vier gezielter schluss mit meinen haben wir das fertig bekommen 6 und 3 recht nicht ganz schade eine kleine heilung für dich wie kann man sich gegen heilung widersetzen das will mir nicht im kopf im normalfall ist es so du willst doch regelrecht geheilt werden 8 punkte schade jetzt muss ich gucken dass ich den typen da irgendwie vorkriege gesagt getan würde ich sagen so wenn er stand sie ist das momentum ich sag mal mal den sagt schauen wir mal rein wir können eh nicht alles mitnehmen das geht das geht nicht und das geht aber haben wir noch was ja gut so langsam kommen wir wieder an unser limit na gut ich habe jetzt hier wieder sonst wie viel mobs erwartet aber die dinger kannst du aber in der pfeife rauben sag ich doch wir können uns nicht mal was anhaben die dinger so wir haben noch eine fackel tun wir gleich anneuern kann ich hier mitnehmen nein dann bleibt es so herauszoomen wir haben noch zwei räume in einem muss dieser nekromanten leerling sein der stapel bücher lassen wir mal stehen da war meistens immer was furchtbares drin die haben die plätze getauscht ich glaube das war nicht so gut oh ich habe mal wieder diese bogen schließen die muss man auf jeden fall töten keiner ist down ach nee von denen da 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 jawohl kurz bevor er angreifen konnte wahrscheinlich oh 11 schauen schöne sache das war's essen kann ich mitnehmen das kann ich mitnehmen und bisschen gold wieder da haben wir ja mit dem richtigen das genommen so der letzte raum dann letzten zwei fackeln noch bisschen was essen vor allem du hier so da muss ja der nekromanten hellling da sein das lassen wir auch zur sicherheit oder ach komm kann man mal öffnen oh das ist nicht gut noch eine falle ist aber ausgewichen also wenn der in der nächsten runde gleich hier dran ist mit hellen so sieht der also aus alles klar ich habe jetzt gar nicht geguckt wie viele er hat nicht gut oh oh nein wo kommt der mob her ne ernsthaft jetzt kommt der mob her 105 lebenspunkte leck mich im arsch verzeihung für den kassel kraftausdruck aber hohohoh das ist schon ein bisschen heftig hier 100 von mir das ist nicht nicht so wenig ich muss hier wieder tauschen den dritten und vierten auch wenn es nicht viel ist was wir abziehen aber immerhin ein stückchen dann ist das unten erstmal verschwunden wieder schon wieder begreift also damit macht er uns fertig wahrscheinlich bitte nicht ich habe zwar jetzt schon wieder ein bisschen überzogen aber das mache ich noch fertig da ist schon wieder noch oh gott jetzt sind alle verrückt der passt einfach mal so wenn wir weiter so gut sind hier mit dem teuer ja der war doch vergiftet ne geht das? nein doch geht so jetzt montiert er das gut war es bloß 2? ja das ist halt blöd sobald der dran ist kann ich nicht irgendwie Einzel-C-Schaden machen ich muss diese Ads auseinhalb kommen aber ich ignoriere das ad komplett oder pchah ich greife das ad einfach an aber die hälfte haben wir immerhin schon jetzt reduziert das ist ja oh der hat noch einen Einzel-Skill ja na schön dass man mir das jetzt erst erzählt jutsch warum? ach das schwächt uns selber habe ich gerade ja stimmt schön wenn man das jetzt wieder realisiert was die Fähigkeiten können ich muss mal was machen ich weiß genug was gerade passt das ist nicht gut neuner weg bist du dran? bitte? bitte? ich muss gehen im jenseits kritisch 12 der voll ein bisschen heftig Ja gut, ich muss reden So, der ist auch weg Ne, jetzt mit dem hinten Als erstes anfangen könnte, wäre schön Nice Ja, dann kann ich den vorholen Die anderen zwei sind wieder weg So, für unseren Krieger Nee, danke, für den Dieb hat es sich erledigt Und als nächstes die Kopfkürtiger Wahrscheinlich Oh, der hält es noch aus Einmal Gut Warum greife ich denn das vier an? Das ist doch betäubt Ah, neun Punkte ist okay Den muss man jetzt heilen Geht nicht anders Oh, verfehlt Ah, schade, vier Ich habe gedacht, die zieht jetzt im Meer ab Wieder Sechste ist okay Den muss ich so töten 24 Oh, neun Punkte, schön Ich habe schon gedacht Der macht jetzt wieder seine Attacke Na Einen Lebenspunkt hat der nur noch Na gut, wenn er angreift, ist er hinüber Aber wir machen das selber Jawohl Schöne Sache Was ist das denn? Auch noch ein Gegenstand, wa? Kreuzfahrer Brauchen wir nicht Yay Quest geschafft Und wir hauen ab Und nochmal drei Errungenschaften halten Ich habe gerade überlegt Wie heißt denn das? Oh, hier haben wir ordentlich abgesahnt Stufe drei Sehr schön Ja, lief sehr gut Auch wenn es zum Schluss jetzt ein bisschen hektisch war Gut Dann Einmal kurz gucken Oh ja, jetzt können wir Jetzt Jetzt können wir aufwerten Bams Schöne Sache So Ja, liebe Freunde Dann Würde ich sagen Verabschiede ich mich hier In dem letzten Darkest Dungeon Video Wie gesagt, vorerst Vielleicht machen wir es ja nochmal irgendwann Und wir hauen Jetzt würde ich schon sagen Und wir hauen uns das nächste Mal Die Hucke damit zu Und wir sehen uns das nächste Mal Zu einem anderen Let's Play Haut rein Ciao Ciao